Herzlich willkommen hier auf Fiske Fabrik. Die Runde wurde geboostet auf 200 Prozent. Man sieht es hier direkt eingeblendet und ich glaube ich gehe jetzt hier hin. Da oben ist der Detektor. Ich gehe zum Detektor. 100 Prozent. Das machen wir. Und dann checke ich mal, wie viele da jetzt unten in der Siedlung sind. Könnt ihr mir nicht vorstellen, dass da mehrere sind. Noch sehe ich keinen. Okay, okay, okay. Jemand ist hier schräg gegenüber. Jemand ist hier so vorne und also zwei Leute sind da. Einer in den Bergen. Einer war hier schon vorne an der Ecke. Ich weiß nicht genau. Ich muss mal gucken. Ist der die Straße weitergelaufen oder wo ist der? Ich sehe nichts. Doch. Da liegt er. Hä? Was ist mit ihm? Hä? Hä? Was war das denn? Er lag da AFK, oder? Er hat sich ja nicht mal bewegt. Oh, oh, oh. Oh, ha. Äh. Gut, dass ich diesen Sprung überlebt habe. So, jetzt ist ja noch jemand hier. Jemand war hinten in dem Haus. Aber ich will nur gucken, was hatte die Regenjacke dabei. Wir dürfen nur nicht jetzt noch mal irgendwo runterfallen. Hinterfallen. Ähm, ja. Ich ping mal eben. Nee, anscheinend, obwohl... Ah, das ist näher dran. Es ist immer noch jemand hier oben in den Bergen. Oh. Oh ja. Da ist er ja. Hey. Oh ja, da oben mich sehen. Jemand schießt doch auch von da irgendwo, ne? Kann das sein? Ja. Ich glaube, ja. Jemand hat auch von den Bergen aus auf ihn geschossen. Ich bin mir noch nicht sicher. Es klang so, als wären da immer noch Schüsse zu hören. Sollen wir rangehen? Ja. Warum nicht? Aufregend. Hier ganz hinten beim... ganz da hinten beim Container, der gerade geplündert wurde. Wenn ich... wenn ich mir so vorstelle, was hier los ist, ist das bestimmt derjenige, der den Container gerade geöffnet hat. Ob der jetzt hierher kommt? Oder ob der mit seinem Loot rausgeht? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wo ist der Typ? Hier. Okay. Der hatte nur eine Waffe mit. Diese hier. Ey, ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Ist hier eine blaue Box? Nein. So, war hier oben eine auf dem Balkon? Nein. Aber wir können trotzdem mal reingehen. Ich muss aufpassen, nicht, dass hier jemand ist. Weil es war vorhin ja jemand noch da am Exit. Kann sein, dass der immer noch da hinten in der Ecke war und ich den gerade deswegen nicht gepinkt habe, weil der auf dem Berg näher dran war. Oder der ist raus. Oder hoch in die Berge oder so. Keine Ahnung. Vielleicht war der das auch, den ich da gerade gekillt habe. Ich will auf jeden Fall auch den Kill looten. Deswegen, wir gehen da jetzt gleich hoch. Aber wir streuen da nochmal ganz kurz hier durch die Siedlung. Was macht Telefon eigentlich? Jo, Telefon kommt. Okay, okay, okay. Interesting, interesting. Telefon will pushen anscheinend. Oh, blaue Box. Okay. Telefon ist zwar auf dem Weg, aber komm, wir machen wir schnell. Hä, was ist los? So, jetzt. Telefon kommt immer schneller. Okay, jetzt darf ich nicht mehr so lange hier rumeiern. Aber hier ist noch schnell die kommen. Vielleicht kriegen wir den Airdrop noch verlegt. Ja. Dann packen wir noch zwei. Okay. So. Okay, Telefon ist schon da. Wir müssen. Wir müssen nämlich gegen Telefon, über Telefon High Ground gewinnen. Und ich will jetzt auch nicht von Telefonen über die Berge hier abgesnipert werden. Und deswegen laufen wir einen kleinen, ach so, wir sind hochgelaufen. Macht nichts. Was macht Telefon? Telefon ist unten. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr geil. Lassen wir ihn noch ein bisschen kommen. Oh nein, es glitscht. Was ist passiert? Oh nein, die Verbindung glitscht. Oh nein, man hört ihn. Oh nein, man hört ihn. Oh nein, das ist wirklich sehr ungünstig gelegen. Na gut, hier wird auf jeden Fall jetzt gleich was passieren. Ja. Aha. Auch da links oben ist schon jemand. Oh yeah. Ja, wir gehen ran. Hinter mir ist Telefon. Okay. Wollen wir direkt hin und pushen? Ja. Warum nicht alles oder nichts? Let's go. Er ist hinter der Garage. Oh. Er rennt weg. Er rennt zum Exit. Baut er ab. Okay. Er geht. Ins Exit. Aus Versehen telefoniert? Wahrscheinlich. Hey. Gehst du denn jetzt auch raus? Oder was machst du hier? Er sitzt da irgendwo rechts. Hm. Ich hoffe, der Radius ist weit genug. Aber ich glaube aber nicht. Aber wo sitzt der denn da? Ich kann es gar nicht erkennen. Hinter dem Gelben noch? Was machen wir hier? Er muss dahinter sein. Was war das denn? Was war? What the fuck? Was ist hier los? Was sind das für strange Regenjacken? Hey. Ich check das gar nicht. Ehrlich gesagt. Wie die agieren. Hat zwei Pinks dabei? Hängt dann mit der H-Bar als Telefon in der Ecke. Und guckt dann nicht zu mir. Also. Crazy. War der Radius von meiner Störer? Nee, war da auch nicht. Der geht nur bis hier. Er hat schon gesehen, wo ich bin. Ja, das ist crazy. Ja, das ist crazy. Und jetzt ist hier irgendwo jemand oben? In den Bergen oder was? Ja, jemand kommt. Jemand. Der Signalstörer sagt, da ist jemand unterwegs. Ja, jemand wollte mich pingen. Ja. Yes. Alles klar. Okay. Dafür war der Signalstörer jetzt ja wirklich sehr geil. Der hat mir schön verraten, dass er da angelaufen kam. Der Signalstörer, der Signaldetektor wirklich jetzt schon wieder. Ich bin gerade raus. So gerade eben. Da ist er raus. Okay, ich wurde wieder nicht gepinkt. Wahrscheinlich ist jemand, um den hier abzusichern. Wir bleiben noch mal ganz kurz in meinem Störer. Wird jetzt gerade gleich der große Signaldetektor benutzt? Hm. Okay, mein Störer ist kaputt. Wir pingen auch. Ja. Direkt neben dem... Direkt daneben. Jemand ist auf jeden Fall unterwegs zum großen Sigi. Was ist der denn? Ich kann ihn gar nicht sehen. So viele Bäume. Er ist auch noch voll weit weg. Aber bisher wurde er noch nicht gelöst. Hm. Da. Oh Mann. Auf dieser kleinen Anhöhe. Genau. Und davor war jemand hier am Weg. Okay. Was machen wir? Nochmal ping. Tresor wird geknackt. Wo ist das denn? Ach ja, hier vorne an dem Haus. Oha, okay. Gut, wir pingen nochmal. Hä? Der Nächste ist jetzt... ...da? Beim Container? Okay. Dann gehen wir jetzt mal in den großen Sigi. Ich höre ganz falsch da von der Insel. Von der Halbinsel. Ah ja, beim Tresor wird gekämpft. Da sind zwei. Und sonst ist hier noch einer. Hä? War eigentlich gerade der... Der läuft weiter. Okay, wir können jetzt noch ums Tresor-Loot kämpfen. Hä? Hier sind noch mehr. Leute verstecken sich. Oder... Was war da jetzt schon wieder los? Da ist doch nur einer. Aber die Schüsse kamen doch aus der Richtung. Oh mein Gott, hier... Ich kann hier nicht runterfallen. Das ist zu hoch. Gott sei Dank. Nichts passiert. So, wir gucken beim Safe aus vorbei. Abwurf kam jetzt auch. Wo ist der eigentlich hingesegelt? Gleich das erste, nee, das zweite. Da ist der Safe drin. Okay. Ping nochmal. Ah, er läuft schon weg. Der Tresor rennt weg. Oh oh. Ich wurde auch gepinkt. Hmhm. 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, ich habe jemanden gehört. Da? Nein! Mist! Verdammt! Ach komm, das kannst du dir sparen! Jo! Okay, hier ist der Tresor. Das ist interessant, auf jeden Fall. Der andere Tresor ist da hinten. Weit weg. Ähm, ja. Können wir von hier aus schon auf die Insel gucken? Ja, können wir. Aber sehr weit weg. Ja, da lief gerade jemand. Moment. Der läuft vollkommen falsch. Junge, wo läufst du hin? Oh mein Gott, wo... Was macht der da? Hä? Hä? Oh mein Gott. Was ist hier los, Entwickler? Ja, ich denke mal, er wird schon gecheckt haben, dass er falsch ist und jetzt gleich wieder zurücklaufen. Oh Mann, ich will ausrüsten. Los! Ist er immer noch da hinten hinter? Aha. Ist hier denn noch jemand? Bestimmt. Nein? Aha. Stark. Ja, wollen wir jetzt... ...hier mal einen Besuch abstatten? Er muss doch da immer noch sein. Was ist hier los? Hallo? 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 Wo ist er denn? Und was macht er da? Ich war noch nie in diesem Bereich der Map. Hey. Hm? Da ist ein Sender. Ja gut. Okay, er hat da einen Sender hingestellt. Gut, dass ich nicht gepinkt habe. Er hat hier ganz schön viele hingestellt. Ich glaube, er ist auch noch hier. Er muss hier noch sein. Aber wir müssen erst die Sender alle kaputt machen. Da steht auch noch einer. Jemand ist bei der Insel. Hat der mich ausgetrickst? Dann ist er zurückgelaufen. Ist hier noch ein Sender? Glaub nicht. Ich sehe aber auch niemanden, der da in meinen Signalstörerradius gelaufen ist. Vielleicht von der anderen Seite. Oh, wo ist der Dude hin? Der hier die Sender aufgestellt hat. Ja. Ist nicht mehr hier. Hä? Das ist ja crazy, Mann. Dann hat er sich hier weggeschlichen. Ich habe noch nie eine Runde auf Fiske verbracht, die war so lange auf dieser Insel verbracht. Obwohl ich da noch nicht mal gespawnt bin. Ich bin extra hergelaufen, um hier einem Rätsel auf die Spur zu kommen. Jetzt habe ich nicht mal eine Antwort, weil ich nicht weiß, wie der Typ entkommen konnte. Er ist wahrscheinlich abgehauen, während ich irgendwie da die Sender zerstört habe. Na gut. Jetzt haben wir außerdem hier auch noch den Tresor, den wir eigentlich öffnen können. Hier ist ja keiner. Draht. Ja, gib, gib, gib. Oh, das ist neu, oder? Dass da hier so ein richtiges metallendes Innenleben ist, oder? Wo hat er das verändert? Grafisch gesehen? Glaub schon, ja. Irgendjemand snipet hier die ganze Zeit. Darum ist auch der Detektor. Wo sind die surrenden Schalter? Hier ist einer. Ich würde gerne den zweiten mir auch erst angucken. Hier ist nur einer. Hier surrt aber auch nichts, oder? Doch, hier. Hier ist der zweite. Da schleicht jemand. Ähm. Ähm. Wow. Ich habe fast nicht gesehen. Ich habe auch kurz überlegt, ist er das, oder ist er das nicht? Okay. Ah. 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 Jetzt den anderen. so geradeaus da rechts in diesem ding hier ist hier der tresor Toilette ist das nein über mir jemand ist beim jemand ist beim Siggi also oh nicer shop digger lassen wir ihn da tanzen ich such dir noch den ich suche noch den tresor der wird oben sein er kommt ok wow ok das habe ich nicht erwartet dass ich den roten jogger da jetzt so weg hole aber jetzt noch den tresor worum alles in der welt ist denn der tresor ach so hä moment ich muss mir den mal anmarkern junge junge man merkt ich habe schon paar tage lang nicht mehr wigger gespielt und viel zu klanky unterwegs aber bis jetzt doch noch wieder ganz erfolgreich wollte ich sagen oh mein gott habe ich mich erschreckt er hat den tresor gekämmt ist er das glaube ja das ist er der die ganzen fakes dahin gestellt hat oh nein ich habe ihm den tresor aufgemacht mr transport kann jetzt das loot nach hause transportieren ich hätte pingen sollen ich war zu sicher dass hier niemand ist ich glaube er war das ganz am anfang er hat die ganze zeit den tresor gekämmt tja leute so ist das spiel so ist das game haut er jetzt mit dem ganzen stuff ab ich nehme mal an oder der rennt jetzt bestimmt nach hause als sei es ihm gegönnt ärgert mich nur ich hätte es absichern können ich hatte ja den ping noch schade schade na beim nächsten mal dann wieder würde ich sagen lassen wir es für heute ich hoffe ihr hattet spaß bis zum nächsten mal leute machts gut euer jan jugo ciao ciao